Wie genial schickt mir Susanne gerade eine E-Mail mit Fotos von der Webcam bei den Hirschbergliften im Kräut am Tegernsee. Und anscheinend ist die Emma da drauf. Finde sie hier. Ich würde sagen, hier ist sie. Yo. Seht ihr sie auch? Da müsste sie sein. Da. Das müsste die Emma sein. Geh gleich mal auf die Webseite. Die haben ja in Spitzenwetter. Das ist der erste Skikurs von Emma. Live übertragen im Internet. Das könnte sie nochmal sein. Big Brother is watching you. Habt ihr euch gerade gehört? Hallo? Muss ich auch bald los. Die Emma abholen. Das ist ja total geil mit den Bildern. Ja. Das ist ja echt super. Das ist zwar so ein bisschen stalking, sein will ich seine Tochter stalken, aber... Ich wollte nur nach dem Wetter gucken, ob die Sonne scheint, ja? Papa, Schneemann ist kaputt. Der Schneemann ist kaputt? Ja. Mama, Schneemann ist kaputt. Oh, da müssen wir mal an die Tage neun bauen, dann siehst du keines, gell? Ist der echt kaputt? Ja. Ja, da ist gar keiner mehr. Hugo, ist der nicht schon länger weg? Da. Tschüss. Du bist ja bis zum Affen hochgefahren. Heute warst du nie traurig? Traurig. Dass ich fast nichts gewartet habe, dass er mir was gesagt hat. Durch den Helm oder wie? Ja. Ich habe euch auf der Webcam gesehen, im Internet. Da ist so eine Webcam. Da kann man im Internet schauen, wo ihr da gefahren seid auf Hirschberg. Ihr steht rechts, alle als Gruppe zusammen, oder? Ja, da mit der Kornjacke, der Große, ist der Rupi und wo bin ich? Ah ja, da, ich sehe mich. Und der Nikolaus hat Apfelmus mit Ketchup, weil du es gemischt. Nee. Boah, Wahnsinn. Und du? Ich habe einen Reiberdartin mit Apfelmus. Ich glaube, ich muss erstmal der Hämmer helfen beim Ausziehen, ne? Die leisige Maus. Die ist K.O. Guck mal. Nein. Oh. Ausziehen. Oh. Mama. Die Emmen sind ja lieb. Kinderschokolade. Aber nicht zu wenig. Boah, kriege ich auch eine? Ja. Dankeschön. Guck mal, da kann man Kinderschokolade mit seinem Gesicht machen. Da ist ein Code drin, den kann man im Internet eingeben. Auf www.kinderschokolade.de dein Gesicht eingeben. Wollen wir das mal machen, Emma? Also bist du noch ganz... Der hat jetzt eine ganze Packung Schokolade gegessen. Oh Gott, die wird dann schlecht. Stopp. So, jetzt versuchen wir mal, dass wir auch dieses Foto hier drauf machen. Mal sagen, ob die Schlage drin ist. Da steht ein Code drauf. Hier steht ein Code drauf. So erkennt man ihn. Und dann gehen wir den mal ins Internet ein. www.kinderschokolade.de dein Gesicht. Jetzt steht dort eine persönliche Kinderschokoladehülle gestalten. Dein Gesicht, deine Botschaft. Los geht's. Foto hochladen. Da ist ein Foto. Guck mal, da sind wir zwei. So sieht die Packung dann aus, wenn sie ankommt. Kann man es noch verschieben. Ja, ist ja total super. Perfektes Foto geworden. Weiter runter schieben. Weiter runter? Ja, so mag ich es dann haben auf dem Foto. Rückseite gestalten. Wir sind stolz auf dich. Also für die beste Mama. Jetzt können wir hier den Code eingeben. Drücken wir auf Bestellen. Ihre Kinderschokoladehülle wird nun gedruckt und wird voraussichtlich in zwei Wochen per Post bei der angegebenen Adresse ankommen. Wir werden Sie per E-Mail über den Versand informieren. Dann haben wir jetzt eine E-Mail bekommen. Und in der E-Mail steht folgendes. Wir bekommen jetzt die Verpackung zugeschickt und können auch unter diesem Link die Hülle auf Facebook jetzt schon teilen. Ah ja, da haben wir es schon. So sieht es dann aus. Mama! Ihr seid ja beide drauf. Lasst die Sonne rein. lui le la we la la we we la we le la la the la la BER il Here l